Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Erdgeschosswohnung liegt in Düsseldorf. 2014 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Wohnung ist luxuriös ausgestattet. Die Erdgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 99 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 1500 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.